Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im RE von DB Regio Bayern nach Memmingen mit Zugteilen nach Kempten Hauptbahnhof über München, Pasing, Geltendorf, Kaufering, Buchloy. Bitte beachten Sie, in Buchloy wird unser Zug dann geteilt. Die vorderen zwei Zugteile fahren ab Buchloy weiter nach Memmingen über Türkheim, Mittelheim. Und die hinteren zwei Zugteile fahren ab Buchloy weiter nach Kempten Hauptbahnhof über Kaufbeuren, Günzach. In welchem Zugteil Sie sich aktuell befinden, da sehen Sie an der Leuchtschrift Anzeige über den Durchgangsturm. Ein Durchgangsturm ist nicht möglich. Wenn Sie sich jetzt mal im klativ falschen Zugteil befinden, steigen Sie in den Buchloy und dann sehen Sie die Unterfüllung. Kennen Sie das? Jeden Tag im Schlau, jeden Tag in der Blechbrüchse, im Auto festsetzen oder in überfüllten S-Baden. Tja, das muss nicht sein. Nehmen Sie doch den Zug. Das hier ist der Regionalzug nach Memmingen. 17.20 Uhr in der Raschauer und wie Sie sehen, ist es Platz zum Tanzen. Viel Spaß in der Bahn.